Frau Jungblut, vernetztes und autonomes Fahren ist jetzt keine Zukunftsmusik mehr, aber welche Vorzüge bringt das autonome Fahren überhaupt mit sich? Das große Versprechen der Automatisierung und Vernetzung ist, dass wir die Sicherheit auf den Straßen erhöhen. Wir haben zurzeit immer noch knapp 3500 Verkehrstote pro Jahr zu verzeichnen. Das ist eigentlich eine ungeheuerlich hohe Zahl. Außerdem versprechen wir uns ein effizienteres Verkehrssystem, sodass die Belastungen für Mensch und Umwelt auch reduziert werden können. Welche Probleme sind mit dem autonomen Fahren verbunden? Die meisten Menschen haben doch noch große Bedenken gegen das fahrerlose Auto. Wir haben die Menschen befragt und sie haben gesagt, die größten Sorgen machen ihnen die Furcht vor Eingriffen von außen. Also, dass in die Autos eingegriffen wird und die manipuliert oder sabotiert werden. Auch Datenschutz ist natürlich ein großes Thema. Und darüber hinaus muss die Verantwortungsfrage, also sprich, wer haftet, wenn ein Unfall passiert, Glasklage geregelt werden. Und noch eine Menge ethische und gesellschaftliche Fragen stecken auch noch dahinter, deren Lösung man natürlich vor dem In-Verkehr-Bringen der Fahrzeuge näher kommen muss. Wie beurteilen Sie den neuen Entwurf zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes? Wir erwarten, dass in diesem Gesetzentwurf eindeutig geregelt ist, welche Rechte und welche Pflichten ein Fahrer hat, wenn er ein automatisiertes System in seinem Auto einschaltet. Dabei ist für uns wichtig, dass der Fahrer nicht überfordert wird. Er kann nicht sich fahrfremden Tätigkeiten zuwenden und aber gleichzeitig den Verkehr oder das System noch überwachen. Dann muss geklärt werden, was er nicht darf. Zum Beispiel, er darf nicht schlafen, er darf nicht den Fahrersitz verlassen. Das sind Punkte, die könnte man auch als Verbot in das Gesetz hineinschreiben und muss nicht so unbestimmte Rechtsbegriffe wie ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit oder anderes rechtlich vorschreiben, was dann nachher im Endeffekt die Gerichte wieder klären müssen. Wenn es mit einem autonomen Auto zu einem Unfall kommt, ist die Lage völlig anders, als wenn man selber Auto fährt. Wie sollen die Haftungsfragen geklärt werden? Bei der Frage der Haftung sollte der Gesetzgeber jetzt schon den Hersteller mehr ins Haftungsregime reinnehmen. Weil eins muss klar sein, je stärker die Automatisierung ins Auto einzieht, desto mehr muss der Verbraucher aus der Verantwortung entlassen werden und die Verantwortung den Herstellern oder Softwareentwicklern übertragen werden. Ein autonomes Fahrzeug muss in Konfliktsituationen selbstständig Entscheidungen treffen. Deshalb hat Verkehrsminister Alexander Dobrindt eine Ethikkommission einberufen. Was erwarten Sie von dieser Ethikkommission? Die Hauptaufgabe der Ethikkommission muss es sein, eine gesamtgesellschaftliche Diskussion zu den gesellschaftlichen und ethischen Herausforderungen rund um autonome Systeme und das am Beispiel des autonomen Autos zu führen. Denn das sind Themen, die interessieren uns alle. Und wir müssen gemeinsam Lösungen finden, wie wir uns mit dieser Herausforderung des Verlustes eventuell an Freiheiten, an Autonomie und des gemeinsamen Lebens mit Maschinen, wie wir uns da in der Zukunft aufstellen wollen. Auch die Hersteller der autonomen Autos sind gefordert. Was erwarten Sie von den Herstellern? Das Wichtigste ist, damit Verbraucher den autonomen Autos vertrauen können, dass eine Sicherheitsarchitektur für die Autos etabliert wird, die sie sowohl vor Hackerangriffen als auch vor Fehlern im System schützt. Wir verlangen eine hohe IT-Sicherheitsarchitektur, die gemeinsam von den Autoherstellern und Softwareentwicklern entwickelt werden muss. Die Politik sollte dazu aber auch einen rechtlichen Rahmen geben und Mindeststandards schon bei der Zulassung und auch bei den Hauptuntersuchungen überprüfen lassen. In einem autonomen Auto werden jede Menge Daten gesammelt. Wird der Verbraucher zum gläsernen Fahrer? Durch die Vernetzung und Automatisierung werden erstmal eine große Menge an Daten generiert und verarbeitet. Das bedeutet, dass der Verbraucher es immer schwerer haben wird, seine Datensouveränität wirklich ausüben zu können. Dafür brauchen wir einige Instrumente, die es dem Verbraucher überhaupt ermöglichen. Zum Beispiel eine klare Darstellung der Datennutzung in dem Betriebshandbuch, möglichst auf einer Seite zu einem Produktinformationsblatt zusammengefügt. Aber auch während der Fahrt oder vor der Fahrt muss ich mich im Display darüber informieren können, welche Fahrfunktion mit welcher Datennutzung verbunden ist. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, muss ich auch mit wenigen Handgriffen diese ausschalten können. Können.